Wir können unsere Verteidigungsstellungen entlang der alten Mannerheim-Linie halten. Ich bezweifle das, verehrte Herr Marschall. In Position, Männer! Bringt euch in Position! Und Feuer! Wir brauchen die Feuerunterschützung! Wenn die hier durchbrechen, marschieren sie direkt nach Heltik. Die gesamte Fliegerstaffel wird damit beginnen, die Handtaller zu bombardieren. Der Gerichtsverband Kulmai soll mit seinen Stukas und dem Tockewulfs anfangen. Russischer Panzer auf Leutmurt! Feuer! Atom! Der Gerichtsverband Kulmai soll mit dem Tockewulfs anfangen! Er 1978-877-853-145-7at-